Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute ein kleines Unboxing machen, weil ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder YouTuber gesehen, die so ein Monatsabo haben. Und ich habe seit letztem Jahr Dezember auch ein Monatsabo. Und zwar bei der Firma Meidelbox. Die schicken monatlich eine Box, die drei Beauty-Produkte und zwei Lifestyle-Produkte enthalten. Die Box kostet monatlich 17,99 Euro. Wobei der Produktwert natürlich den Preis der Box bei weitem übersteigert. Und ich war mit der letzten Box im Dezember super, super zufrieden. Allerdings war ich zu voreilig und neugierig und hatte die Box dann ausgepackt, sodass ich kein Unboxing-Video mehr machen konnte. Deswegen holen wir das jetzt nach. Also, das ist das Design der Box diesen Monat. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Die Box sieht ganz anders aus, als die im vergangenen Monat. Die im vergangenen Monat war dunkelgrün und weiß gehalten. Und diese ist jetzt sehr warm, froh und bunt. Das Design gefällt mir aber auch sehr, 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 sehr gut. Und dann wollten wir das Brickchen mal öffnen. Und dann wollen wir das Brickchen mal öffnen. Ich finde, dass die Sachen auch immer sehr, sehr, sehr liebvoll verpackt sind. Das hier ist der Name der Firma Meile Box. Ich glaube, der Firmsitz ist in Frankreich. Die Box ist hier in Deutschland natürlich, aber komplett auf Deutsch. Also, bei jeder Box ist auch nochmal so eine kleine Karte dabei. Also, ein kleines Artwork. In diesem Artwork geht es darum, die perfekte Idee zu finden. Dort sind dann die einzelnen Schritte aufgelistet, die zu einer perfekten Idee führen. Also, richtig süße Idee. Weil das Thema der Box ist Work in Progress. Dann haben wir hier auch schon das erste Produkt. Das ist nämlich diese wunderschöne Laptop-Tasche. Finde ich sehr, 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 sehr praktisch, da ich leider bis jetzt auch noch keine besessen habe. Und, ja, super, super cool. Und wunderschönes Design. Wie ihr seht, ist die Tasche auch sehr gut verarbeitet. Also, der Reißverschluss lässt sich einwandfrei öffnen. Ich finde, das ist auch schon einmal ein ganz gutes Qualitätswettmal. Weil, wenn der Reißverschluss so hakt und man so zerren und ziehen muss, dann hat man hier schon keine Lust drauf. Okay. Also, das erste, was in der Laptop-Tasche ist, ist dieses kleine Notizbuch. Und passend zu dem Design der Tasche. Und die Seiten sind die beiden ganz gewöhnlichen Notizbuch, äh, Blankoseiten. Außer die ersten Seiten, dort sind nochmal kleine Listen, Passwörter. Die würde ich ja niemals irgendwo in ein Notizbuch schreiben, was ich vielleicht auch mit mir trage. Ah, süß. Hier ist auch noch passend zu dem Design der Tasche und im des Buches ein kleiner Stift bei. Der Stift, mit dem du die beste Version deiner selbst niederschreibst, trau dich, breite die Flügel ausheben, also richtig ab. Kurz gesagt, lass deinen neuen Stift federleicht über die Zettel tanzen, denn deine Seele ist innovativ und gut inspiriert. road dyspulle, los die Zettel teille, damit Cor sherinau billig%,ативost att dooble, betont wir die ende raus. Jetzt sage ich, ich schrei hin. Na. Okay. 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 Das ist bestimmt. Dann sitze ich hierbei auf einen Kugelschreiber. Den werde ich nachher mal testen. Das war's jetzt mit den Lifestyle-Produkten. Jetzt kommen wir zu den Beauty-Produkten in der Tasche. Hier ist von Dr. Barbour Refine Cellular Glow Booster Bi-Face Ampulle. Okay, ich bin auf dem Thema im Themengebiet Beauty noch nicht so sehr gebildet. Also, ich kenne so die Basics, würde ich sagen, aber ich kenne auf jeden Fall nicht alles. Deswegen muss ich mir einmal kurz durchlesen oder lese euch vor, warum es sich hier behandelt. Die erste Barbour Bi-Fase Ampulle mit speziell entwickelter 2-Phasen-Textur kombiniert die konzentrierte Wirkstoffpower eines Serums mit der pflegenden Kraft pflanzlicher Öle. Kurze Schütteln verbindet die Vasen und erzeugt eine effektive Serum-Öl-Mixtur, zieht schnell ein und erzeugt ein besonders samtiges Hautgefühl ohne Fettglanz. Er weckt jede Haut zum Strahlen mit Vitamin C-Extrakten aus Sandton und der Pistoterwurzel sowie Vitamin E optimiert jeden Hautton und die Beschaffenheit der Hautoberfläche. Fühlbar glatte Haut voller jugendlicher Leuchtkraft. Und in diesem Paket sind dann 3 solche Ampullen drin. Das nächste was wir hier drin haben ist ein Thermalwasser Spray. Ich werde das mal öffnen, wenn ich das aufbekomme, damit ich euch den kleinen Teil von Zettel vorlesen kann. Ich werde ihn euch doch nicht vorlesen, der ist nämlich auf Französisch. Ah ne, hier ist auch noch ein Teil auf Englisch, ok? Also es handelt sich halt um Quellwasser aus... Aus welcher Quelle? Steht die jetzt gar nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ein Quellwasserspray, welches sich für sensible Haut eignet. Also lindernd oder mildernd wirken kann bei Sonnenbrand, bei trockener Haut, bei Hautrötung, bei Pampers-Spuren. Also wenn die Kinder bedingt durch Pampers tragen, trockene Haut, bei Hautirritation, bei Rasierwickelchen, nach einem Waxing... Sorry, ich muss es gerade von Englisch direkt ins Deutsch übersetzen, nach einer Haarentfassung, Haarentfernung durch Wax. Oder vielleicht aber auch einfach nur, um das Make-up zu entfernen. Also es ist vielseitig anwendbar. Sorry, das war jetzt eine schwere Geburt. Ich finde das ist eine der schwierigsten Aufgaben, Sachen zu lesen und in eine andere Sprache zu übersetzen während des Leseprozesses. Also da kommt mein Kopf nicht mit. Aber ich liebe solche Wassersprays auch für den Sommer, wenn man die in den Kühlschrank packt und dann an heißen Tagen nach Hause kommt. Das ist auch sehr erfrischend. Aber darauf freue ich mich auch. So, und dann kommen wir zum letzten Beauty-Produkt. My Little Beauty Lemonade. Das ist eine Gesichtsmaske. Das riecht mega. Entfache deinen Glow. Das Rettungsball geht nach einem komplizierten Tag. Eine Kuscheldecke zum Trost. Okay. Bitte aber auch etwas, das unsere Ausstrahlung, Frische und Licht wiederherstellt. Tauche in die butterweiche Gesichtsmaske von Lemonade ein und lass die 15 Minuten einwirken. Mit Bio-Zitronenwasser und Vitamin C, um den Tag zu beleben. Aber auch mit Bio-Honig aus Frankreich für extra antioxidative Power. Hopp, hopp, es geht weiter. Genau. Hier sind dann noch einmal die Hinhaltsstoffe aufgelistet. So, jetzt kann ich mal so einfach zu lesen, weil der Kontrast von der Schrift zu dem Hintergrund ein wenig gering war. Ich sitze hier mal dunkel. So, also das war die Januarbox. Eine Gesichtsmaske, die werde ich auch heute Abend direkt ausprobieren. Die Ampullen von Babo, die das Hautfett verfeinern sollen. Das multifunktionale Quellwasser. Ein Kugelschreiber. Mit dazugehörigem Notizbuch. Ich denke, dass dies als ein Lifestyle-Produkt zählt. Also der Kugelschreiber und das Notizbuch zusammen und halt separat an die Tasche. Weil es sind ja wie gesagt immer drei Beauty-Produkte und zwei Lifestyle-Produkte. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.